Hallo, ihr kennt bestimmt eine Lavalampe. Ich bade mir heute eine selbst. Kommt mit! Und das brauchen wir dafür. Ein Gefäß, das wird die Lavalampe, Wasser, Öl, Lebensmittelfarbe und Braustabletten. Wie man jetzt sehr gut sehen kann, ist Wasser schwerer als Öl. Mit dem Bläschen der Braustablette kommt Wasser auch wieder auf die obere Fläche. Weil Wasser schwerer als Öl ist, kommt es dann wieder herunter. So, ist das so nett, dass er das нет. Das kann man jetzt den ganzen Tag machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.